Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video sprechen wir darüber, ob die FED kurz davor ist, die Geldpolitik wieder zu lockern. Danach gibt es die Marktanalyse zu den wichtigsten Indizes und Bitcoin wie Ethereum und danach sehen wir noch ein Update zu Balantir. Zu Beginn des Videos sprechen wir wie immer zuerst über einige News, Makrodaten und Grafiken und wir beginnen mit der Schlagzeile des Tages. Nick Timmy Rouse, ein Journalist des Wall Street Journals, er gilt so ein bisschen als Sprecher der FED, als Mouthpiece, als Bindeglied zwischen der FED und den Märkten. Und er hat heute getwittert, dass es einige Offizielle gibt innerhalb der Notenbank, die offensichtlich besorgt sind, ob man hier zu rigide aktuell vorgeht, ob man die Zinsen zu schnell und zu aggressiv anheben würde. Man hätte aber gleichzeitig auch eben Angst, dass man die finanziellen Konditionen wieder zu stark lockern würde, wenn man jetzt beispielsweise im November nur 50 Basispunkte machen würde. Aber da siehst du einfach, dass in der FED langsam die Panik groß wird. Wir hatten ja gestern aggressive, wir schauen uns heute auch interessante Charts an, bleibt definitiv dran. Wir hatten ja gestern aggressive Abverkäufe im Anleihenmarkt, die sind jetzt maßlos überverkauft, die erleben wirklich einen absoluten Crash. Wir haben ja gestern auch über die 10-jährige Staatsanleihe gesprochen, wie immer. Die ist Intraday gestern noch auf 4,25% gestiegen. Das heißt, du siehst, hier ist wirklich einiges am Köcheln im extrem wichtigen Anleihenmarkt. Und meines Erachtens ist es jetzt hier wirklich, wenn das so weitergeht, nur eine Frage der Zeit, bis die FED entsprechend eine Entscheidung treffen muss. Uns muss aber zum jetzigen Zeitpunkt völlig klar sein, dass das Gerüchte sind derzeit. Das ist nur ein Journalist, das ist weder ein FED-Chef, ein regionaler FED-Chef, noch natürlich der große FED-Chef. Und deswegen ist völlig klar, dass für uns weiterhin die Prämisse gelten muss an dieser Stelle. Don't fight the FED, die wollen aktuell noch nicht offiziell, dass die Märkte steigen. Und meines Erachtens bleiben wir so lange in einem volatilen Markt, bis der Mann hier links im Bild Entwarnung gibt. Wir sprechen noch kurz über die Earnings von Snap. Die wurden ja komplett zerstört gestern und auch heute Intraday. Das Problem ist, dass man hier, man kann sagen, einfach nicht mehr wächst. Man hat zwar ein paar neue Benutzer hinzugefügt, aber man schafft es einfach nicht, diese entsprechend zu monetarisieren. Und auch generell das Werbe-Business hier bei Snap ist auf dem absteigenden Ast. Und das müssen wir auch auf dem Schirm haben. Snap sind meines Erachtens total unterbewertete Earnings, denn die haben auch Auswirkungen auf Google. Die haben auch Auswirkungen auf Meta. Und deswegen müssen wir natürlich auch die Snap-Earnings auf dem Schirm haben. Du siehst auf der rechten Seite mal den Chart, was da gestern wieder passiert ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man meines Erachtens im Umfeld von Earnings extrem vorsichtig sind. Ich hoffe, du kannst es erkennen. Ganz links bei dem Chart-Ausschnitt, da siehst du erst nochmal einen sehr, sehr großen Ausschlag nach oben. Das heißt, die Aktie ist sogar kurz gestiegen, nur um sich eben Liquidität abzuholen, um Leute abzuholen, die da long gehen und dann zur Downside komplett auszuquetschen. Von dem Top, was wir gestern gesehen haben bei dem kurzen Ausschlag nach oben, und wer da wirklich reingesprungen ist und hinterhergesprungen ist, der hätte bis ans aktuelle Tief der Aktie 40% verloren seit gestern Abend. Wir kommen zu einer Grafik, die vor allen Dingen für mittel- bis etwas längerfristige Investoren durchaus interessant sein sollte. Du siehst hier eine Übersicht an Jahren, in denen der S&P 500 deutlich weniger positive Tage hatte, als es der Durchschnitt ist. Wir wissen ja, dass so im Schnitt 58 bis 60% der Börsentage positiv sind, wenn wir komplett alles mit einberechnen. Und aktuell sind wir lediglich bei 43% positiver Tage. Da reiht sich 2022 wieder ein illustres Umfeld. 2002, auch die 70er Jahre sind hier anzuführen. Und das ist durchaus interessant. Im Jahr darauf hatten wir überdurchschnittlich gute Renditen mit einer durchschnittlichen Performance im S&P 500 zwischen 12 und 18% und einer prozentualen Quote, dass wir positive Märkte sehen, von über 70%. Das heißt, du siehst, dann, wenn du aus einem schlechten Jahr rauskommst, wo du underperformst, hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, im nächsten Jahr etwas überzuperformen. Wir kommen zu einer Grafik, die uns die aktuellen Freitage zeigt aus der jüngsten Vergangenheit. Und schau mal, die letzten fünf Freitage waren alle negativ. Die Überschrift ist völlig treffend. No one wants to hold on Friday. Niemand möchte positioniert ins Wochenende gehen, weil man eben nie sicher sein kann, ob am Wochenende entweder eine Hiobsbotschaft kommt, ob man Montag dann wieder abgekocht wird, dass die Märkte am Montag dann wieder schwach performen. Und deshalb siehst du einfach aktuell diese sehr, sehr zittrigen Hände, vor allen Dingen auch am Freitag in den Märkten. Zusätzlich muss man dazu sagen, dass heute kleiner Verfallstag ist. Das heißt, es verfällt eine Reihe von Optionen in den Märkten. Das heißt, es kann gut sein, dass wir heute weiterhin im Laufe des Handelstages noch hohe Volatilität sehen werden. Und hier kommen wir zu einer weiteren Grafik von Carson, die uns mal das Jahr 2022 aufgeschlüsselt zeigt in die einzelnen Wochentage und wie wir durchschnittlich an diesen Wochentagen performen. Und da siehst du, dass der stärkste Tag im Schnitt der Mittwoche ist. Und das passt auch gut zusammen. Montag und Dienstag fühlt man sich langsam so ein bisschen rein in die Woche, schaut, wie wird es? Wird es wieder eine Abverkaufswoche oder kann es mal sein, dass es eine stabilere Woche wird? Dann haben wir sehr, sehr oft am Mittwoch Stabilität gesehen. Natürlich bekommen wir am Donnerstag auch sehr gerne wichtige Wirtschaftsdaten. Das heißt, du siehst dann, am Donnerstag hatten wir im Schnitt schwache Performance und mit Abstand der schlechteste Tag im Jahr 2022 bisher war erwartungsgemäß der Freitag. Hier kommt es zu einer Grafik, die für uns alle wichtig sein sollte und interessant sein sollte, die so ein bisschen in dieses Thema Buy-the-Dip-Mentalität reingeht. Und zwar siehst du hier die Geldflüsse, die zusammengerechneten Geldflüsse im gesamten Jahr bislang, 2022 von Kleinanlegern, von der Retail Army, wie der Market, die er hier titelt. Und da sehen wir jetzt seit einigen Wochen, dass die Kleinanlegern netto Aktien verkaufen. Interessant, man könnte sagen, so seit Ende September hat hier die Panik bei den Kleinanlegern angefangen und seitdem sehen wir wirklich netto Geldabflüsse aus dem Markt. Wenn du hier den Chart anschaust, wir haben schon immer wieder kleine Dips gesehen, wo die Kleinanleger dann verkauft haben, aber dann ist man relativ schnell wieder reingegangen in den Markt und jetzt sehen wir durchaus, wie gesagt, seit einigen Wochen aggressive Abflüsse. Aber der Text oben sagt es völlig zu Recht, es kann und wird vermutlich noch aggressiver werden. Wir haben jetzt aktuell vom Top circa 6,8 Milliarden Abflüsse gesehen, aber alleine im März 2020 haben wir in einem Monat, also im Corona-Crash, 11 Milliarden US-Dollar Abflüsse gesehen. Das heißt, du siehst langsam aber sicher die Zuversicht bei den Kleinanlegern, sie bröckelt, die Angst wird größer. Den richtig aggressiven Washout haben wir dieser Grafik nach zumindest aber noch nicht gesehen in dem Bereich. Wir kommen zum Fear and Greed Index und schauen uns das mal an und der steht erstaunlicherweise sehr, sehr hoch bei 43. Das ist schon fast wieder ein neutraler Bereich, fast schon heraus aus der Angst und wir wissen ja, dass wir uns da eigentlich in den letzten Wochen und Monaten immer sehr, sehr tief im Bereich der Angst, potenziell sogar im Bereich der extremen Angst aufgehalten haben und schreib mir mal in die Kommentare, wie du das aktuell einschätzt, dass die Märkte doch deutlich volatiler sind, als man sich eigentlich es wünschen würde, um sich wirklich wohlzufühlen in den Märkten, aber dass hier offensichtlich sehr, sehr wenig Angst derzeit herrscht. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass definitiv deinen Like da und kommentiere auch sehr, sehr gerne unter dem Video. Damit kannst du nämlich aktiv die Reichweite erhöhen. Und passend zu der heutigen Schlagzeile schauen wir hier auf eine sehr, sehr wichtige Grafik und ich möchte wirklich, dass jeder, der diese Videos schaut, diese Grafik auf dem Handy hat, macht hier unbedingt einen Screenshot davon und zwar sehen wir hier, was es in der Vergangenheit gebraucht hat, damit die Fed entsprechend umkippt. Wir haben hier acht Kategorien. Wir haben die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, wir haben die Arbeitslosenrate in den Vereinigten Staaten, wir haben den ISM Manufacturing Index, wichtigster Konjunkturindikator, wir haben die Kerninflationsrate, unter anderem dann eben auch die Volatilitäten auf den Aktienmarkt, den WIX. Und jetzt kommen wir zum springenden Punkt, was dieses Mal potenziell möglicherweise sogar der wichtigste Faktor sein könnte und darüber geht es heute auch so ein bisschen im Video. Die Volatilität am Anleihenmarkt, die ist extrem hoch mit einem Move-Index. Das ist sozusagen der WIX, der Anleihen bei 160, der war lediglich höher in der Vergangenheit im Rahmen der großen Finanzkrise und darauf müssen wir heute auch so ein bisschen zu sprechen kommen, denn das ist aktuell, der Anleihenmarkt könnte aktuell meines Erachtens so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein für die Fed. Wir kommen zum Wirtschaftskalender, hatten jetzt heute keine großen wichtigen Meldungen. Um 12 Uhr gab es ein Treffen der Staats- und Regierungschefs und morgen um 11 Uhr kommt Christine Lagarde mit einer Rede. Die Indizes haben jetzt wieder einiges von den Gewinnen heute abverkauft. Das schauen wir uns natürlich gleich in den Live-Charts an und auch was wir uns jetzt hier potenziell entsprechend vorbereiten müssen. Und haben wir auf dem Schirm, dass wir nächste Woche extrem wichtige Earnings bekommen. Die Taktik-Schiffe sind nächste Woche dran und wir bekommen nächste Woche auch die Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten. Wir kommen zum Earningskalender und sprechen jetzt mal über die Zahlen von American Express. Die haben nämlich durchaus gut abgeliefert, was die Geschäftszahlen angeht, aber da steckte definitiv ein Pferdefuß mit drin, denn American Express hat hohe Rückstellungen gebildet und sichert sich hier gegen Kreditausfälle ab. Und das ist definitiv ein Warnsignal in Richtung Rezession, in Richtung Konsumentenschwäche und natürlich dementsprechend auch in Richtung Wirtschaftsabschwung. Wir kommen zu den Charts und wir blicken heute mal auf einen Chart, den wir bislang noch nicht dabei hatten in den Videos, der aber für die Fed aktuell sehr, sehr wichtig ist. Wir schauen uns mal die 20-jährige US-Staatsanleihe an, nämlich den TLT. Das ist der ETF, das kann man ganz normal kaufen von iShares, auf die langläufige Staatsanleihe und schaut mal, wie überverkauft der ist. Das ist absoluter Crash hier am Anleihenmarkt, das ist der Wochenchart zurück bis 2003. Da sind wir jetzt aktuell auf Preisniveaus, die wir 2011 zuletzt gesehen haben. Noch ein bisschen mehr abverkaufen in dem Bereich 88 US-Dollar, das heißt nochmal 4% Downside. Dann kommst du hier zurück an die Tiefs aus 2011, 2010. Dann hast du hier wirklich historischen Support angelaufen. Dann bist du hier am Tief von 2008 angekommen. Und deswegen kann sich jeder vorstellen, da hängt so viel dran, da hängen im weitesten Sinne auch die Pensionskassen dran, da hängt der Repomarkt dran, da hängt, man könnte fast sagen, das Finanzsystem an den Chart. Und erinnere dich mal, die Bank of England, die hat vor wenigen Wochen eben hier angefangen Anleihen zu kaufen, weil hier der Stress aufs System zu groß war und weil hier eben beinahe die Pensionskassen pleite gegangen wären. Und das ist jetzt hier ein Chart, den müssen wir auf dem Schirm haben. Das ist definitiv ein Warnsignal für die FED und schau mal alleine, wie der im Tagesverlauf gestern nach unten geschmolzen ist. Wir sehen hier wirklich eine totale Kapitulation. Wir schauen uns ja auch gleich die Verzinsung an der entsprechenden Staatsanleihen. Aber habt es wirklich auf dem Schirm, das macht der FED Angst derzeit. Und wir haben hier noch ein bisschen Downside, keine Frage. Der kann jetzt hier erst mal ein bisschen steigen von dieser extrem überverkauften Situation. Das heißt jetzt noch nicht, dass die FED hier und jetzt einknickt. Aber da kommen ab jetzt Preisalarme drauf. Denn erstmal könnte das potenziell sogar ein Investment wert sein, langfristig gesehen, aber auch für uns ein super guter Indikator, wann die FED wirklich an dem Punkt sein könnte, wo sie nicht mehr anders kann, potenziell sogar als umzukippen. Habt es auf dem Schirm, Anleihenmarkt, großes, großes Warnzeichen derzeit, großes Ausrufezeichen. Und das könnte meines Erachtens, wie ich am Anfang vom Video gesagt habe, das Zünglein zur Waage sein, dann eben für potenzielle Zinssenkungen. Wir kommen zur Verzinsung der Staatsanleihen. Wir haben wie immer links die 10-Jährige, rechts die 2-Jährige. Und erinnere dich mal ans gestrige Video, da waren wir hier so bei 4,1%. Da hatte ich gesagt, irgendwann im Rahmen der nächsten Tage oder Wochen können wir hier die wichtigen 4,25% anlaufen. Und dann implodiert der Anleihenmarkt gestern Abend noch völlig, muss man sagen. Dann sind wir direkt gestern Intraday noch an die 4,25% rangelaufen. Haben die jetzt sogar heute natürlich durchstoßen. Und erinnere dich mal, als wir hier über die Videos gesprochen haben, im Juli, da war diese scharfe Rallye, da hat der Markt eben so aggressiv die Zinsen ausgepreist. Seitdem ist der Zins, absolut gesprochen, um 72% gestiegen. Daran siehst du, wie der Anleihenmarkt derzeit in sich zusammenbricht. Denn du weißt ja, wenn die entsprechenden Anleihen verkauft werden, steigt die Verzinsung. Jetzt sind wir hier über 4,25%, heutiges Tageshoch war bei 4,34%, 4%. Das nächste Ziel sind jetzt 4,5% potenziell, 5% auf die 10-jährige Staatsanleihe. Und da muss jetzt langsam aber sicher von der FED was kommen, denn hier beginnt es dann extrem gefährlich zu werden. Da stoßen wir dann wirklich in historische Zinsniveaus vor. Die 2-Jährige kommt heute schärfer zurück, minus 2%, steht jetzt bei 4,5%. Da ist die Zinskurve jetzt wieder ein bisschen weniger invertiert, aber brauchen wir nicht drüber reden. Beides viel zu hoch. Die 2-Jährige, die müssen wir unter 4,4, 4,3, bestens sogar unter 4,25 sehen. Und die 10-Jährige, die muss zurückkommen auf unter 4%. Erst dann haben wir wirklich ein handfestes Argument dafür, dass sich die Märkte richtig und vor allen Dingen auch mal nachhaltig entspannen können. Wir kommen zu einem sehr interessanten Chart, den leider die wenigsten auf dem Schirm haben. Wir kommen zu den FED Funds Futures. Hier siehst du, was der Markt derzeit, ja man könnte sagen einpreist oder wovon er ausgeht, dass die Zinsen stehen zu einem gewissen Zieldatum. Wir schauen uns hier die Futures an mit dem Ende erstes Quartal 2023. Also du siehst hier, was der Markt denkt, wo die Zinsen stehen werden am 31. März 2023. Und da haben wir jetzt gestern die 5% voll gemacht. Und wir sehen jetzt auch eine interessante Reaktion. Der Markt verkauft hier direkt wieder ab. Das hat heute auch die entsprechende Reaktion eben ausgelöst. Und natürlich kommt da jetzt Druck auf die ganze Sache. Und meines Erachtens sind wir hier eben aktuell auch am eher oberen Limit angekommen, was das Einpreisen der engen Geldpolitik betrifft. Schreib mir mal in die Kommentare, ob du das für realistisch hältst, dass die FED bis Ende März die Zinsen auf volle 5% anheben wird. Wir kommen zum US-Dollar-Index-Future, zum Dixi. Und da sehen wir eine interessante Entwicklung. Der ist nämlich heute Nacht ordentlich nach oben geschossen. Wir hatten einen Top von 113,8. Da müssen wir jetzt auch eine horizontale Zone drauf machen. Wir haben jetzt ein ganz glasklares Doppeltop mit dem WIC vom letzten Donnerstag. Auch hier haben wir exakt bei 113,84 einen Top gefunden. Und schau mal, der Dollar wird jetzt hier auch wieder scharf abverkauft. Darauf müssen wir jetzt achten. Wir sind jetzt hier am Support, den wir bekommen von dieser Doji-Kerze vom 18. Oktober. Da hat sich der Markt überhaupt nicht entscheiden können. Wir hatten dann eben die Bullish-Engulfing-Kerze nach oben. Und das versucht der Markt jetzt hier zu verteidigen. Das heißt, solange wir Preisalarme drauf über 112, kann man sagen, müssen wir hier sehr, sehr vorsichtig sein nach wie vor mit dem US-Dollar. Vor allen Dingen, weil du hier siehst, dass er sehr, sehr schön nach oben spiken kann. Vor allen Dingen, wenn dann wieder ein bisschen Angst in den Markt reinkommt. Ich würde mich aber auch festlegen, wenn der Dollar wirklich nachhaltig unter die 112 hier brechen kann, dann kann es zu einer schärferen Dollar-Korrektur kommen. In dem Bereich der 50-Tageslinie bei 110 oder sogar in dem Bereich von 109. Aber dann kommt der übergeordnet sehr, sehr mächtige Aufwärtstrend aus 2022. Das heißt hier, das Downside-Szenario für den Dollar ist meines Erachtens auch durchaus begrenzt im Bereich von diesem Abwärtstrend. Und ganz klar, umso länger er sich jetzt hier über den 112 wirklich Support suchen kann und wenn wir potenziell da noch wieder ausbrechen würden aus den 113, dann ist natürlich auch das Doppeltop mit dem bisherigen Verlaufshoch im Gespräch mit den 115. Gefährliche Situation beim Dollar. Nach unten habt die Preissalarme drauf bei 112, denn wir wissen auch, umso mehr sich der Dollar jetzt hier entspannen kann, potenziell auch diesen kurzfristigen, stark beschleunigten Aufwärtstrend brechen kann. Das kann ein erstes Signal sein, dass die Märkte und auch der Kryptobereich zu einer Erholungsbewegung ansetzen. Wir kommen zum Volatilitätsindex, zum WIX und der zeigt uns ein schönes Signal. Wir sind jetzt unter 30 bei der Volatilität. Das ist das, was wir hier sehen wollen, um eben potenziell die Chance zu haben für eine etwas ausgedehntere Erholungsbewegung. Das heißt, hier haben wir jetzt ein erstes schönes Signal, der ist auch heute unter die 20-Tageslinie gebrochen. Und es wird jetzt hier sehr, sehr interessant sein, muss man an dieser Stelle dazu sagen. Schauen wir uns auch gleich in den Indizes an. Wie wir heute aus dem Handel rausgehen, sehen wir heute potenziell sogar den ersten Freitag seit vielen Wochen, wo der Markt mit einem Plus ins Wochenende geht. Das wäre ein gutes Signal für den Beginn auch der nächsten Woche. Ihr habt das hier auf dem Schirm, dass der WIX jetzt unter 30 ist. Preisalarme wieder drüber, über 30. Denn da müssen wir wachgerüttelt sein, falls das hier ein Fakedown ist unter die 30. Aber habt ihr es auch auf dem Zettel. Wir sind jetzt unter der 20-Tageslinie. Und hier diese Bewegung, das ist es ja, was wir sehen wollen, dass der WIX in Richtung 25 kollabiert. Das würde dann wirklich für eine ausgedehntere Erholungsbewegung an den Aktienmärkten sprechen. Aber habt bitte auch im Blick, dass hier wichtiger Support kommt in Form von allen relevanten gleitenden Durchschnitte. Die volle Prominenz ist hier 50, 100 und die beiden 200 Tageslinien, die wir benutzen, die bilden hier definitiv Support zur Downside. Habt das auf dem Schirm. Aber schönes Signal, WIX unter 30. Das wollen die Bullen an den Märkten derzeit sehen. Wir kommen zum S&P 500 im 4-Stunden-Schalte. Und hier siehst du jetzt eindeutig diesen massiven bullischen Impuls, den die heutige Meldung gesetzt hat. Eben die Hoffnung auf ein baldiges Ende der engen Geldpolitik. Hier in der 4-Stunden-Kerze von 12 Uhr plus 1,5%. Und jetzt siehst du hier sogar potenziell die Chance für ein Follow-up. Aber hab hier wirklich zwei Dinge auf dem Schirm. Wir sind jetzt hier potenziell im Bereich einem sogenannten Crap-Pattern. Das ist eine Harmonic, die eine scharfe erste Welle beinhaltet, dann einen milden Rücksetzer und dann eine sehr, sehr schwache zweite Impulswelle und dann eben sehr, sehr gerne hart abkorrigiert wird. Und die hätte hier tatsächlich ihr Ziel im Bereich von circa 3.400 Punkten, was gleichzeitig das Vor-Corona All-Time heißt. Das heißt, wir müssen hier wirklich vorsichtig sein, weil sich hier eben potenziell auch zur Downside nach wie vor was anbahnen kann. Der Trigger um dieses Crap-Pattern. Schaut, zuletzt haben wir sowas ähnliches gesehen, milder Rücksetzer und da kommst du eben scharf zurück in der letzten Welle. Und sowas würde sich hier potenziell jetzt wieder entsprechend anschließen. Der Trigger, um hier wirklich das zu invalidieren, ist ganz klar ein Ausbruch aus dem gestrigen Tageshoch. Ein Ausbruch aus den 3.720 Punkten jetzt von dieser Stelle. Du hast gerade gesehen, der Wichs zeigt uns auch an. Er will ein bisschen nach unten. Dann komm nach unten und zieh den S&P 500 entsprechend nach oben. Lass ihn aus den 3.720 Punkten ausbrechen. Hab das hier wirklich danach als Support bestätigt und nimm hier das letzte übergeordnete Hoch raus. Nimm die 200-Wochen-Linien raus und dann kann die Rallye richtig fortgesetzt werden. Dann haben wir nach wie vor übergeordnet die Kursziele um die 3.900 Punkte auf dem Schirm. Keine Frage. Aber ich will hier sehen, dass der S&P 500, deswegen schreibt ihr die Marken auf, nach wie vor. Aber 3.720 Punkte, erstes Ziel, erstes Kaufsignal, da muss er raus. Dieses Zwischenhoch von gestern müssen wir rausnehmen über 3.737 und richtig die Post abgehen nach oben. Kann, wenn der S&P 500 hier die 3.760 Punkte rausnimmt, weil wir dann auch schon wieder ein bisschen vorsichtig sein müssen, weil wir dann hier wichtigen Widerstand bekommen aus dem Oktoberhoch. Ich bin hier noch ein bisschen skeptisch, denn die Meldung war heute zwar wichtig, keine Frage, aber es war noch keine offizielle Meldung. Deswegen warte ich hier definitiv ab, weil für mich ist die Downside hier durchaus beachtenswert. Und wenn wir aber natürlich das Signal bekommen und das wirklich wichtigste Signal ist und bleibt die 3.720 Punkte, das war in der Vergangenheit immer wichtiger Widerstand, aber auch der entscheidende Support, bevor wir immer wieder zu massiven Rallys angesetzt haben, inklusive der All-Time-High-Rallye 2021. 3.720 zur Upside, ganz, ganz wichtig. Und nach unten muss man vorsichtig werden, wenn hier die aktuelle 4-Stunden-Kerze unterboten wird. Bei 3.668 sollten wir diese Engulfing-Kerze invalidieren. Das heißt, sollte der S&P 500 auf 4-Stunden-Basis unter das Tief der heutigen 12-Uhr-Kerze fallen, unter dieser Engulfing-Kerze, dann kann es sehr, sehr leicht und mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit sogar eine Kaskade zur Downside auslösen. Video Mehrwert bietet, lass definitiv dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, damit du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Wir kommen zum Nasdaq 100 und der bewegt sich aktuell auch im gleichen Umfeld. Ähnliches Pattern, wir hatten hier eine scharfe Welle A, milder Rücksetzer, dann eine ganz schwache Welle C, das gestrige Zwischenhoch und wenn wir hier praktisch wirklich das Hoch gesehen haben gestern, dann geht es auch im Nasdaq tief runter, potenziell sogar in den Bereich des Vor-Corona-All-Time-Highs von Richtung 9.800 Punkte. Aber das ist nur relevant und wichtig, wenn wir die heutige 4-Stunden-Kerze von 12 Uhr invalidieren. Das heißt, wenn wir unter die deutlich, unter die 11.000, unter die 10.890 Punkte brechen. Ganz, ganz wichtig, aber habe auch den Trigger nach oben auf dem Schirm. Der Nasdaq muss ähnlich wie der S&P 500 hier erstmal die 11.250 Punkte rausnehmen. Das sind so in etwa die 3.720 im S&P 500. Er muss hier dieses Zwischenhoch von gestern rausnehmen bei circa 11.200 und er muss dann das aktuelle Hoch dieses derzeitigen Patterns, dieser aktuellen Wellenstruktur rausnehmen bei 11.390. Wenn das passiert, dann kann er voll durchziehen in Richtung 11.700. Das halte ich dann sogar für sehr wahrscheinlich, muss ich sagen, weil das ist hier eine feste Range, in der wir uns nach wie vor bewegen. Hab das auf dem Schirm und er kann absolut hier ans Top der Range ranlaufen. Da hält ihn nichts auf, wenn er diese Zwischenhochs rausnimmt, weil hier geht es ausschließlich senkrecht drauf, senkrecht runter zuletzt. Deswegen er kann hier absolut ranlaufen an die 11.700 Punkte, kann potenziell sogar den übergeordneten Abwärtstrend antesten. Aber hier sehen wir wichtigen Widerstand in Form von altem, wichtigen Support. Haben wir mal auf dem Schirm, hier wird es dann eng. Aber aktuell ist es sehr, sehr wichtig hier zu respektieren, dass der Markt hier einen deutlichen Impuls nach oben gesetzt hat heute mit dieser Meldung und dass dieser Impuls so lange gültig ist, bis wir diese 4 Stunden Engulfing-Kerze heute von 12 Uhr außer Kraft setzen. Was wir tun, indem wir einen 4-Stunden-Schluss bekommen würden unter dieser Kerze. Wenn du hier einen Schluss drunter bekommst, dann löst der Nasdaq auch die entsprechende Welle zur Downside aus. Aber aktuell hab auf dem Schirm, dass wir hier einen deutlichen Impuls nach oben gesetzt haben. Wir kommen zum DAX und er freut sich natürlich auch über das potenzielle baldige Ende der Geldpolitik, könnte man sagen. Und heute auch perfekt, erinnere dich an das gestrige Video. 12.550 Punkte, 12.500 Punkte, die wollen wir verteidigen im DAX. Vorbildlich auf den wichtigen gleitenden Durchschnitten im 4-Stunden-Chart gedippt. Hier wäre nochmal ein schöner Einstieg gewesen. Gestern auch im Video drüber geredet, wenn wir nochmal dippen, dann kann man es hier entsprechend probieren. Darunter vorsichtig werden, weil dann eben die Range sich öffnet bis 11.800 Punkte. Aber grundsätzlich jetzt hier interessant auch einen schönen Impuls gehen. Ich wäre jetzt hier allerdings auch vorsichtig hinterher zu springen. Wir wissen es, wie tückisch aktuell grüne Kerzen sind. Und wir müssen jetzt hier auch beachten, dass wir jetzt hier in dieser lokalen Struktur, wenn wir ins Top-Rang gehen von diesem Rising Wedge, kommen wir jetzt hier ins 61er Fibonacci. Da hatten wir auch zuletzt eine Reaktion gesehen. Das heißt, hier bei 12.800 Punkte müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Da ist hier ein lokales Hoch und auch das aktuelle 61er Fibonacci. Da bin ich gespannt, ob wir eine Reaktion sehen. Wenn wir da durchgehen, dann greifen wir die Hochs an von diesem Rising Wedge. Schon wenn das hier wirklich nur ein milder Dip war, wenn du hier im Endeffekt dann einen Impuls gesehen hast, milder Dip, dann kann er hier definitiv auch ranlaufen an den übergeordneten Abwärtstrend. Das heißt jetzt heute potenziell einen schönen Einstieg gesehen mit diesem Dip. Jetzt einen schönen Impuls auch gesetzt im DAX. Invalidiert ist dieser Impuls völlig klar, ähnlich wie in den US-Indizes. Wenn wir unter diese vier Stunden den Gulf in Kerze brechen, nach wie vor, wenn wir unter die 12.500 Punkte brechen. Wir kommen zum Bitcoin im Vier-Stunden-Shard. Und der hat uns heute auch wieder eine interessante Preis-Action gezeigt. Wir hatten einen Dip unter den aktuellen Aufwärtstrend, den wir gesehen haben, seit dem Kapitulationstief im Juni. Nochmal im Berührungspunkt, im September umkämpft. Wir kennen ihn mittlerweile und hier spitzt es sich jetzt zu. Wir wissen es, die nächsten Tage sind hier entscheidend beim Bitcoin, weil du kommst hier auch jetzt aus dem Abwärtstrend, aus dem August-Top, September-Top. Das ist hier eine perfekt respektierte Struktur, die uns meines Erachtens auch den entsprechenden Impuls geben wird, wenn wir hier eben nach oben ausbrechen, dann bricht er auch durch die 19.500, 19.800. Dann kann er hier wirklich zur Welle nach oben ansetzen. Aber genauso müssen wir auch wirklich vorsichtig sein. Wir hatten ja heute schon das Tief. Wir haben wieder massives Volumen gesehen im Vier-Stunden-Shard. Schau dir dieses aktuelle Volumen an. Hier wird wirklich viel gehandelt derzeit. Und genauso wichtig empfinde ich eben dann auch den entsprechenden Impuls nach unten, wenn wir hier das heutige Tief rausnehmen. Du kennst die Levels. 18.500 gelbe Karte, 18.000 die gelb-rote und unter 17.600 unter dem Juni-Tief. Müssen wir den Bitcoin glatt rot zeigen, weil dann gibt es eine neue Impulswelle zur Downside. Und die Ziele kennst du. Circa 12.000 US-Dollar sind dann möglich. Aber jetzt hier wirklich wichtig. Wir haben heute wieder eine Bärenfalle entdeckt. Wenn der Bitcoin hier drunter dippt in dem Bereich um die 18.000 US-Dollar, dann wird stark gekauft. Die Frage ist jetzt hier an der Stelle nur, ist das institutionelles Geld, was in den Bitcoin reinfließt, was dann eben potenziell wirklich die Welle nach oben auslöst. Oder sind das Kleinanleger, die hier den Dip kaufen? Wir kommen zum Parlantier-Update und das können wir relativ kurz machen. Wir sind hier nach wie vor in der Range zwischen 7,20 Dollar. Schöner Doppelboden. Und am Top ganz klar 8,60 Dollar hier vom 4. und 6. Oktober. Wir haben hier diese bärische Engulfing-Kerze, die wir definitiv beachten müssen vom letzten Freitag. Die müssen wir entweder nach unten brechen, um ein weiteres Verkaufssignal zu generieren. Oder ganz wichtig, die müssen wir nach oben auf Tagesschluss. Wir haben es probiert am Dienstag, haben wir nicht geschafft. Und da müssen wir drüber und müssen bezeichnenderweise auch eben durch die durchaus wichtige Marke von 8,34 Dollar brechen. Dann ist der nächste Widerstand bei 8,60 Dollar. Über 8,60 Dollar könnte Parlantier dann sehr, sehr schnell, siehst du es, senkrecht rauf, senkrecht runter. Da könnte Parlantier dann sehr, sehr schnell steigen in dem Bereich 9,00 Dollar bis 10,20 Dollar. Sogar über 10,20 Dollar ist dann letzten Endes bis auf diesen Fake-Out, den wir gesehen haben hier im August. Aber dann ein größeres Kaufsignal. Vor allen Dingen, wenn wir dann hier im Bereich der 11 Dollar die 200 Tageslinien rausnehmen würden. Aktuell Parlantier hier in dieser Range, wie gesagt, gefangen. Nach unten, vorsichtig werden ab den 7,50 Dollar, der wichtige Support 7,20 Dollar. Wenn der bricht, greifen wir, garantiert kann man sagen, die All-Time-Lows an von 6,40 Dollar. Und nach oben, interessant, dass hier mal wieder ein bisschen Bewegung reinkommt, ein bisschen Druck reinkommt. Muss Parlantier über die 8,60 Dollar steigen. Das Volumen aktuell ist unterdurchschnittlich, wenn man die letzten Tage ins Kalkül mit reinzieht. Bin ich sehr gespannt, ob hier wirklich jetzt genug Druck drauf ist, ob wir hier mal ausbrechen können. Oder ob Parlantier doch nochmal abtauchen muss, damit wir nochmal tiefere Kurse sehen. Ich bedanke mich vielmals, dass du das Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du die Möglichkeit, Mitglied zu werden bei 10x Trading. Dadurch bekommst du Zugriff zum Premium-Bereich im Discord, wo du jederzeit Anfragen an mich stellen kannst für Aktienanalysen. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Tschau.